Eintage starte ich gerne in meinem eigenen Tempo. Manchmal brauche ich nämlich noch etwas Zeit für mich, damit ich meinen Kopf auslüften kann oder mich um anderes Wichtiges im Leben kümmern. Was wir damit sagen wollen, ist, du gestaltest deinen Arbeitsalltag selber. Du startest vielleicht da, bist vielleicht aber auch bald da. Wichtig ist, bei uns kannst du in deinem eigenen Tempo vorwärts gehen. Du kannst dir viel vornehmen, du kannst dir aber auch deine Zeit, die du brauchst, rausnehmen. Egal wo oder wie du schaffst, du kannst dich immer auf dein Team verlassen. Wir sind im Fall ziemlich stolz auf das, was wir machen. Denn wir ermöglichen nämlich so einiges. Dank uns bewegen sich heute so viele Menschen. Und dank dir auch in der Zukunft. Danke. Danke. Danke.